Moin Leute, Muitzi hier. Es ist Montag und deswegen darf ich nun endlich die ersten offiziellen Informationen über Season 16 mit euch teilen. Falls ihr noch nicht Bescheid wisst, ich habe am Samstag bereits ein Video hochgeladen, in dem ich euch erklärt habe, dass ich an einem Season 16 Livestream von EA für Creator teilnehmen durfte und dort alles mögliche über Season 16 erfahren durfte und obendrein auch alle Trailer sehen durfte. Und im heutigen Video kann ich eben die meisten dieser Informationen mit euch teilen. Alles was ich in diesem Video sage wird also zu 100% genau so wie ich es euch sage komme. Leider kann ich euch heute aber noch kein Gameplay und auch keine Trailer zeigen, dafür müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Aber wie dem auch sei würde ich sagen beginnen wir jetzt direkt mit den Infos und als erstes haben wir etwas was schon fast sicher war und zwar in Bezug auf eine neue Legende. Wir werden in Season 16 keine neue Legende bekommen. Einen wirklichen Grund dafür haben die Entwickler dann nicht genannt, aber es liegt natürlich immer noch nahe, dass sie nicht zu schnell zu viele Legenden im Spiel haben wollen und deswegen einfach mal eine Season aussetzen. In Season 17 sollte uns dann aber sowieso wieder eine neue Legende und zwar Ballistik erwarten. Dafür, dass wir keine neue Legende bekommen, bekommen wir aber etwas anderes in diese Richtung und zwar die Überarbeitung der Legendenklassen. Hier seht ihr jetzt auch einmal direkt die Liste mit den verschiedenen Legendenklassen die es so geben wird. Leider darf ich euch aber auch keine genaueren Details zu den Klassen geben, ich verlinke euch dazu aber oben rechts mal ein Video in dem ich euch ein paar Leaks dazu zeige. Neben den Änderungen für die Legendenklassen bekommen wir auch noch weitere Legendenänderungen für 6 verschiedene Legenden. Und darunter sind Wave, Lifeline, Zier und noch drei weitere Legenden, die ich euch genauso wie die genaueren Details zu den Änderungen aber nicht nennen darf. Diese Änderungen und auch die Details zu den Legendenklassen darf ich euch aber immerhin ab Mittwoch um 17 Uhr mitteilen, also bleibt darauf auf jeden Fall gespannt. Wie auch immer haben wir als nächstes Infos zu den Modi. Hier haben wir als erstes den Arena-Modus, welcher komplett entfernt wird. Ob er jemals zurückkommen wird, ist unbekannt, jedenfalls ist er ab Season 16 erstmal komplett weg. Außerdem bekommen wir endlich den Lagersehenden Team-Deathmatch-Modus. Beim Team-Deathmatch-Modus spielen wir 6 gegen 6 in einem Best-of-Tree, wobei wir Teampunkte durch das Killen von Gegnern bekommen. Dort werden wir dann auf drei verschiedenen Maps spielen können und darunter sind zwei Maps von Ausschnitten aus Battle Royale-Maps und eine ist eine Arena-Map. Der Team-Deathmatch-Modus wird die ersten drei Wochen durchgehend spielbar sein und nach Ablauf dieser drei Wochen wird er mit dem Modi Gun-Bahn und Kontrolle in einer Rotation sein. Wie oft sich die Modi abwechseln, ist hier leider noch unklar. Es kann auch sein, dass sie sich täglich und nicht stündlich abwechseln. Zu den Map-Änderungen wurde tatsächlich noch nichts Explizites bekannt gegeben, dennoch konnte ich auch so ein paar Sachen aus den Trailern, die ich sehen durfte, ziehen. Dazu gehören einmal natürlich die Map-Votation, die allem Anschein nach aus Rand der Welt, Stormpoint und Pokémon besteht. Außerdem bekommen wir den guten alten Ort Mirage Voyage wieder. Diesmal wird er aber auf Stormpoint sein. Als nächstes haben wir noch einige Änderungen für komplett neue Spieler. Darunter ist als erstes, dass man gegen Bots spielen können wird. Das hört sich vielleicht erstmal etwas schlimmer an, als es ist, denn wenn man gegen Bots spielt, spielt man in puren Bot-Lobbys, weswegen Statistiken allem Anschein nach auch gar nicht erst sehen werden. Und außerdem kann man sich wohl auch aussuchen, ob man gegen Bots oder direkt gegen normale Gegner spielen möchte. Außerdem wird es weiterhin auch noch Willkommens-Challenges und wohl auch ein neues Video geben. Was genau da für ein Video gemeint ist, kann ich euch leider nicht sagen, aber vielleicht ist es ja ein Video, in dem man ein wenig zum Spiel erklärt bekommt. Als nächstes Thema haben wir die neue Waffe und zwar ist es endlich mal wieder so weit, dass wir eine neue Waffe bekommen und es wird die lang ersehnte Nemesis-Bürsteier. Die Nemesis ist ein Sturmgewehr, welches Energie-Munition benutzt und 4 Schuss pro Bürst abfeuert. Umso länger man mit dieser Waffe am Stück schießt, umso kürzer wird auch die Zeit zwischen den Bürsts, bis sie dann letztendlich sogar feuerautomatisch schießt. Das wird denke ich eine sehr, sehr interessante Waffe. Als letztes haben wir Updates für den Schießstand. Auch hier ist leider noch nichts genaueres bekannt gegeben worden, aber wir sollen wohl zum Start als auch im Laufe der nächsten Season ein paar Änderungen für den Schießstand bekommen. Wie gesagt, ist dazu offiziell gesehen nichts genaueres bekannt, aber durch vergangene Leaks kann man davon ausgehen, dass wir ein paar Gebäude bekommen, um besser gegen unsere Freunde spielen zu können, sowie vielleicht auch die Möglichkeit per Interaktionsmonitor die Bots und die Third Person an sich zu aktivieren. So und das waren soweit alle Infos zu Season 16, die ich heute veröffentlichen durfte. Denkt daran, dass ich am Mittwoch um 17 Uhr direkt noch etwas veröffentlichen kann und das natürlich auch tun werde, und zwar die restlichen Details zu den Legendenänderungen und Legendenklassen. Ansonsten hoffe ich auf jeden Fall, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Lasst auf jeden Fall gerne noch eine Bewertung und sehr gerne auch einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesen ganzen Änderungen da. Aber gut, danke fürs zu Ende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.